Hey ho, hier ist MSP Miri vom Fettspielen-Team und ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play von MSP. Und ich kann es gar nicht fassen, denn ich habe gerade einen versteckten Gartenzwerg gefunden. Guck mal, ich bin auf Seite 271 vom Items-Shop und ich habe tatsächlich einen Gartenzwerg gefunden, ja. Und den werde ich jetzt kaufen, ich habe gerade den Ellenbogen am Tisch gestoßen. Den werde ich jetzt kaufen, ja, und ich bin schon ganz nervös und aufgeregt und gucke. Weil ich hatte ja, ich war ja bei den Shopping Awards und da habe ich die Gartenzwerge und da hatte ich ja noch keinen, also diesen Gartenzwerg Award. Und ich wusste ja nicht genau, wo die sind und mir hat jetzt Gott sei Dank jemand unter mein Let's Play geschrieben gehabt, wo denn diese Gartenzwerge versteckt sind. Und ich habe jetzt tatsächlich einen gefunden, also da muss man natürlich wirklich ein bisschen suchen. 271 Seiten bin ich gerade durchgegangen, also ist nicht so, dass man die mal eben findet, ne. Okay, dann gehe ich mal auf Korb und kaufe den. Kann ich den auch gleich mehrmals kaufen? Ne, geht nicht. Kaufen, ja, und ich habe meinen ersten Gartenzwerg gekauft. Wuhu! Und versteckten Gartenzwerg gefunden. Kann ich den auch gleich nochmal kaufen? Ha! Ja, dann machen wir das doch so. Wie viele Gartenzwerge brauche ich? Drei, ne? Ja, geil. Ha! Also man muss nur einen finden. Und schon hat man Gartenzwerg kaufen. Aber wenn ich jetzt wüsste, wie viele ich für die Awards brauche, bis jetzt habe ich noch keinen, ne. Ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt da weggehe, nicht, dass der dann irgendwie verschwindet oder so. Das wäre es ja. Also das weiß ich nicht. Ich, ja, ich kaufe jetzt mal noch einen. Wie viele Gartenzwerge brauche ich denn? Ich weiß es nicht. Okay, egal. Ich gehe auf Profil. Jetzt gehe ich auf hier. Und? Sozial. Ah, nee, bei Shopping war es, ne? Ja, Shopping. Und? Ein Gartenzwerg. Drei Gartenzwerge. Sechs Gartenzwerge. Zehn Stück brauche ich. Oh Mist, ich brauche noch vier. Ich brauche noch vier. Ich brauche noch vier. Nein! Muss ich jetzt wieder zurück? Ja, okay. Dann gehe ich mal ganz, geht das hier schneller? Ich mache das mal ganz schnell und hoffe, dass das ruckzuck geht. Und hoffentlich ist er noch auf der gleichen Seite da. Das wäre jetzt verrückt, wenn er nicht mehr da wäre. Ich habe auch echt lang gesucht. Bin da auch fast zweimal durchgegangen, weil ich nicht genau wusste, ob das jetzt immer der gleiche Gartenzwerg ist. Oder ob das verschiedene Gartenzwerge sind. Aber ich habe gesehen, ich habe das mal gegoogelt und habe gesehen, dass das ja verschiedene Gartenzwerge auch sind, die man finden kann. Und bitte lass sie noch da sein. Ja, er ist noch da. Okay. Also, ich brauche noch. Ist jetzt so ein bisschen so ein Cheat, wie so ein Cheat, ne? Also nicht ein Cheat, aber ja. Finde ich gut. Zwei. Noch einmal. Zack. Und noch einmal. Juhu. Jetzt müsste ich eigentlich einen Diamond-Stars bekommen und auch den Award dafür, ne? Jetzt habe ich zehn Stück. Achtung. Ah, nicht Geschenke. Hier. Award. Und? Hey! Ich habe doch zehn Gartenzwerge gekauft. Was ist das jetzt? Warum? Zehn der versteckten Gartenzwerge kaufen. Habe ich doch gemacht. Okay, jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich es wissen. Ja? Jetzt gehe ich mal in meinen Raum und gucke mal hier, was ich so an Items habe. Und ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Warum bekomme ich den Award nicht? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Ich habe jetzt einfach mal hier einen in meinen Raum gestellt. Achso, hier. Ganz viele in meinen Raum gestellt. Die winken jetzt alle, wenn ihr mich besucht. Wuhu. Eigentlich finde ich ja Gartenzwerge voll kitschig, ne? Aber gut. Ja. Kann man jetzt halt nicht ändern. Ich logge mich, glaube ich, mal kurz ein, äh, aus und nochmal ein und gucke mal, ob es vielleicht dann klappt, ja? So, das scheint geklappt zu haben, denn ich habe ja jetzt eine Eins und hoffe doch mal, weil Shopping, ja, jetzt hat es funktioniert. Und einlösen. Cool. Das gab richtig ordentlich Fame. Und ich bin jetzt, ich gehe jetzt mal gucken, ich werde jetzt nochmal mein Fame-Magazin, da ist gerade nicht viel drin, weil ich das erst gelehrt habe. Aber, also eben, vorm Let's Play. Und dann gucke ich mal. Ja, keine Sorge, kommt auch noch dran. Ob ich vielleicht noch in Level Up komme, aber ich glaube nicht. Das werden wir wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen schaffen. Da fehlt mir noch ein bisschen. 18.510 Fame, ja. Ja, da ist noch Luft nach oben. Und wir, so, ich werde jetzt erst mal welche dran nehmen, ja? Ihr wollt ja auch dran kommen. Die Anna, die wollte zum Beispiel dran kommen, mit drei Ausrufezeichen. Ich hoffe, dass die richtige, sie hat sich auf jeden Fall ein Wunschlisten geschenkt gewünscht. Und sie hat nichts auf der Wunschliste, das heißt, ich hoffe jetzt auch, dass ich, wie gesagt, die richtige genommen habe. Weil sie, so, ja, ich schenke den Gartenzwerg. Pass auf. Greeting Gnome ist ein VIP. Warum bist du kein VIP? Mann. Okay, ähm, was bekommst du dann von mir? Dann bekommst du, hier, diesen toten Kopf. Zack. Okay, das haben wir erledigt. Und jetzt haben wir die Sophia. Ja, 1, 4, 0, 5, 2, 0, 0, 3. Ja, sie wollte ein Autogramm. So, das hat sie bekommen. Und ach so, ihr wollt bestimmt auch die Bedingungen wissen für heute in einer Woche, für den 8. Juli. Und zwar dürft ihr ganz, ganz einfach unter das Video kommentieren, ja? Heute gibt es keine richtigen Bedingungen, einfach unter das Video kommentieren. Und wie immer, mit ein bisschen Glück und ein bisschen Fingerspitzengefühl kommt ihr dran. Und ich schaue mir jetzt mal von dianna88, ähm, ja, ein Artbook an und schreibe ihr ein Gästebucheindruck. Aber ich schaue mir erst mal ihr Artbook an. So, gucken wir mal. Du und ich für immer, meine Freunde. Schauen wir mal, meine Freunde. Meine Freunde sind mir einfach zu wichtig. Und ich würde nie für irgendwas aufgeben, weil ich meine Freunde in meinen Herzen habe und sie liebe. Wenn ihr das seht, tut, dann sage ich euch, seid meine BFF. Sehr schön. Und hier die Männer und Frauen getrennt. Links die Mädels, rechts die Männer. Da gebe ich mal ein Love it. Und werde jetzt noch einen Gästebucheintrag schreiben. Hey, Diana. Ich hoffe, jetzt habt ihr den Namen richtig ausgesprochen. Schönes Artbook und tolle Freunde. Yeah. So. Und jetzt haben wir noch die Lara Bub. Nein, ich habe mich nicht versprochen. Sie heißt wirklich so. Lara Bub. Und ich bin auch sogar eine Freundin von ihr. Und, ähm, Film. Ja. Genau. Achso, ich wollte übrigens sagen, ich kann natürlich erst auch, sobald ich ein Level up bin, neue Freundschaftsanfragen annehmen. Oder auch verschicken. Und sie wollte mal, dass ich mir Best Ever angucke. Und das mache ich jetzt mal. Lara Bub präsentiert Beste Ever. Hey. Da bin ich ja. Hey. Party. Jetzt gehe ich aber voll ab hier. De, 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 de. Ja, so bin ich am Samstag auch abgegangen auf mein Uferfest. Wie nice Herzchen. Yeah. Und da creme ich mich ein. Also öle ich mich ein. Ja. Und jetzt Achtung. Juhu. Tschüss. Ja. Tschüss. Sehr schöner Film. Vielen Dank. Das freut mich, dass ich hier die Hauptrolle in deinem Film spielen darf. Vielen Dank für die Hauptrolle in deinem Film. Sehr schön. Da freue ich mich doch. Okay. Bewertet habe ich ja für fünf Sterne. Hallo. Ich bin doch die Erste. Schaut mal. Also guckt mal rein. Ja. Bei Lara Bub Film Best Ever. Wenn ihr das auch mal sehen möchtet, wie ich da abdanze. Da war ich mir ja zu Besuch. Da war ich voll abgedanzt. Ihr habt es ja gesehen. Sophia Summer. There it is. Sie wollte ein Wunschlüsengeschenk und einen Look. Okay. Was schenken wir denn? Wir schenken ihr diese Schuhe, finde ich. Die sollten wir schenken. Die Star Striders. Yeah. Oh, oh, oh. Guckt mal hier. Oh, ich bin kurz davor, Level aufzusteigen. Mann. Das ärgert mich. Will das noch schaffen. Aber ich glaube, das schaffe ich echt nicht mehr. Nee. Das wird nichts mehr heute. Dazu fehlen mir noch zu viele Fame-Punkte. Aber gut. Aber gut. No. Kann man nicht ändern. Okay. Hier. Ja. Oh, da oben ist auch noch ein Herzchen. Ein Herzchen auf dem Herz. Was nehmen wir für eine Frisur? Sowas Buntes, Schräges. Nee. Das, 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 das. Hier so ein lockerer Zopf. Ja. Das finde ich schön, die Frisur. Vielleicht hier so eine rosa College-Jacke. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Und die wird's auch. Ja, sie hat leider noch nicht so viel, aber sie arbeitet wahrscheinlich dran, ne? Hier so eine Hard-Waisted-Hose. Die hier finde ich schön. Ich mag ja immer die langen Hosen ganz gerne. Oder die Dreiviertel-Hosen. Die finde ich schön. Ja. Die nehmen wir auch. Und jetzt brauchen wir noch Schuhe. Vielleicht weiß. Ja. Ja, weiße Ballerinas. Die kann man, glaube ich, drauf tragen. Natürlich wären Chucks jetzt auch ein bisschen besser gewesen, ja? Aber man kann ja nicht alles haben. Die Burger-Kette. Nee, die passt nicht zum Outfit. Sie sieht so lieb aus irgendwie, oder? Findet ihr auch? Sie sieht echt lieb aus. Wie so ein schönes High-Skul. Äh, High-Skul. High-Skul. Oh. High-Skul-Summer. Oh, girl. So. Ja, Look habe ich gemacht. Und ich mache jetzt noch eine Runde Geschenke auf. Zum Schluss will ich immer eine Runde Geschenke aufmachen. Das wird jetzt, glaube ich, so mein neues Markenzeichen. Nutella Freak X33. Einen Breakdance-Banner. Juhu. Dankeschön. Und noch einen Breakdance-Banner. Kriegen vielleicht noch einen Breakdance-Banner. Hat die sich mit Fat Fred abgesprochen? Nein. Und Shocked Is For You gibt es auch noch. Und noch einen Breakdance-Banner. Juhu. Vier neue Breakdance-Banner. Da freue ich mich aber wirklich nicht. Und ein Rocker-Sign von Angry Bird. Nutella Freak X33. Bitte nicht noch einen Breakdance-Banner. Oh, sie hat es echt getan. Bestimmt hat Fred sie angestiftet. Goldschatz 10. The Boss hat mir... Oh ja, mit dem Stuhl habe ich mir gewünscht. Vielen Dank. Cleo 500. Ui, ein Flower-Herz. Sehr schön. Oh, beautiful girly. Schenkt mir eine Lavalampe. Ich hatte früher übrigens auch eine Lavalampe. In meinem Zimmer stehen. Fire Dress. Das ist auch sehr heiß. Sweetgirl 31964. Indian Summer von Herzchen Love Like Dream Herzchen. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Das war's. Und bis morgen. Tschüss. Eure Miri. Ich wünsche euch noch einen Tag. Ich wünsche euch noch einen Tag. Ich wünsche euch noch einen Tag. Ich wünsche euch noch einen Tag.